Irgendwann ist man plötzlich erwachsen. Weihnachtsmann, Osterhase, Klapperstorch und Schutzengel verschwinden in der Versenkung und man merkt nicht, dass man das Kostbarste im Leben verloren hat. Selbst wenn man noch an einen lieben Gott glaubt, klammert man ihn ja doch weitgehend aus dem täglichen Leben aus. Es scheint ja auch ohne ihn zu gehen. Erst wenn dann das Unglück knüppeldicke kommt, es scheinbar keinen Ausweg mehr gibt, besinnt man sich auf das Beten. Was meistens nur in einer Bettelei um einen Ausweg ausartet. Wer kann schon aus vollem Herzen mit Hiob sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Auch ich habe das nicht gekonnt. Stattdessen habe ich mich auf eine Eisenbahnbrücke begeben, in der Absicht herunter zu hüpfen. Ein völliger Schwachsinn, wie ich heute weiß. Denn was danach kommt, ist tausendmal schlimmer als das, dem man entkommen wollte. Mein Schutzengel wird Blut und Wasser geschwitzt haben, aber er hat es geschafft, mich halbwegs unbeschadet aus dem Schlamassel wieder herauszuholen. Nur habe ich natürlich keine Ahnung davon gehabt. Tatsächlich war ich der Meinung, ich hätte mich wie Weiland Münchhausen am eigenen Zopf aus der Misere gezogen. In den 70er Jahren erlernte ich eine Meditationstechnik. Irgendwann, ich weiß heute den genauen Zeitpunkt nicht mehr, merkte ich, dass ich sehr viel ruhiger geworden war und mein Bewusstsein eine Erweiterung erfahren hatte. Trotzdem war ich weit davon entfernt, mein Leben zu ändern. Eines Tages hatte ich mich über einen Vorgesetzten ganz schrecklich geärgert. Zornig, geladen und mit einem ausgewachsenen Hass auf den Mann fuhrwärkte ich mit dem Staubsauger in der Wohnung herum und schimpfte dabei laut vor mich hin. Meine Kraftausdrücke waren nie von schlechten Eltern, aber diesmal übertraf ich die schlimmste Fernsehserie. Mitten in meiner schönsten Schimpftirade hörte ich plötzlich ganz deutlich die Worte »Aufhören!« »Sofort hörst du auf!« »Ich halte das nicht mehr aus!« Verdutzt klappte ich meinen Mund zu, stellte den Staubsauger ab, horchte hinter die Türen, prüfte Radio und Fernseher. »Nüchts!« »Mädchen, jetzt spinste!« sagte ich zu mir und staubsaugte weiter. Allerdings ohne zu schimpfen, ich horchte immer noch dieser Stimme nach. Ich wusste, ich hatte sie gehört, aber auf eine gänzlich ungewohnte Weise, als wenn die Stimme in meinem Kopf gewesen wäre. Wenn ich früher etwas Verrücktes sagte, fragte meine Familie im spitzen Tonfall »Wohl einen kleinen Mann im Ohr, wa?« Genauso kam es mir jetzt vor. Mitten in meiner Grübelei klang die Stimme erneut, allerdings nicht mehr in dem vorigen Befehlston, sondern sanft und freundlich.